Dein Versuch mich zu töten mit dem Keim erstickt, ich hab dein gesamtes Camp mit einem Rhyme gefickt. Saß im Knast drinnen wegen einem Crime-Delikt und nach 5 Jahren wurde ich endlich heimgeschickt. Zog mein Business auf, ähnlich wie ne Armbanduhr per Drehen und vertickte mehr Pillen als ein Pharmaunternehmen. Schisch! Du Bauer hast nen Job in einem Pharmaunternehmen, die 10 reichsten auf der Welt, ja ich war mal unter denen. Doch ich rutschte aus der Liste, ich hatte Pech mit dem Novo-Line, aber immerhin noch besser als wie du ein schwuler Homo sein. Swag!